Ich hab gewonnen. Nee, du hast gewonnen. Scheiße, geil. Ja, alles klar. Springen wir wieder rein. Mein Sieg zusammenfassen. Das Finale lass ich einfach als ganzen Durchschnitt. So spielt man das richtig. Wie du es gesagt hast. Du musst einfach nur lang genug warten. Auf einen Festhalten wieder. Ach, bitter. Das hat mich richtig Zeit gekostet. Ach, ist das bitter hier. Ach, das ist super bitter, was ich hier gerade mache. Ich mach's richtig schlecht. Also ich verkack's hier wieder. Bist du schon bei den Bällen angekommen, wenigstens? Ich bin bei den Bällen jetzt. Ah, okay. Der eine blockt den Wald, finde ich auch gut. Oh, gerade noch lang gesneakt. Ich guck's mich an, am Ende nur noch weg, ey. Oh, knapp, aber geschafft. Sehr gut. Ich hab's zu so geworden. 12 oder so. Nicht schlecht. Wurde wie 40. Äh, 30. Reicht, ja. Kannst du ja immer als letzter durchkommen. Reicht, genau. Immer als letzter. Und dann am Ende einmal erst. Und dann am Ende einmal erst. Und dann am Ende einmal erst. Und dann am Ende einmal eine Sekunde lang diesen Schweif tragen. Und dann soll gut. Genau, und dann hast du es. Au. Mit so vielen Leuten auch noch. Ja, das ist anstrengend. Ich halte einfach irgendeinen Fest die ganze Zeit. Ich probier's einfach. Ich probier's heute mal. Ich halte einfach einen fest. Ich schnapp dich. Ich seh dich. Nein, nein. Ich komm es fest. Ich mich komm es. Warte, ich hab irgendwie ein anderes festgehalten. Ja, ich halte einen fest. Wow, da bin ich direkt fast runtergeflogen. Wow. Die Pommes. Gib mir. Gib me Pommes. Also wenn man so rumhampelt, dann ist das echt so an Konzentrationsschulung. Hier, den halte ich fest. Ohne, den schieb ich weg. Oh, den hab ich richtig geschuppt, ey. Wie gemein. Wie gemein. Gerade bei dem Spiel. Ah, jetzt hat mich einer festgehalten. Ah, geil. Oh, ich bin richtig. Also jetzt halte ich dich fest. Jetzt zieh ich dich. Da, jetzt hab ich dich. Nein. Nimm die Pommes. Ich nimm die Ananas. Nimm die Enya. Ich halte den fest. Da, ich hab die Ananas. Boah, das würde mich so ankotzen, wenn mich so einer die ganze Zeit festhalten würde. Ich glaube, ich hab schon einen wütend gemacht, weil der hält mich auch jetzt die ganze Zeit fest und redet mich hinterher. Oh, schon qualifiziert. Oh, schon qualifiziert. Ich hab die ganze Zeit den Kacken fest. Durch das festhalten, kommt einem das gar nicht so lang vor auf dem Rollfeld. Aber ich, das ist von der Konzentration her so eine Sache, weil du weißt es nicht, dieses... Aber so ist es witzig. Okay, boah, also mich wird es richtig annerven, wenn mich bei den Level einer festhält. Das haben wir noch nie gemacht. Das stimmt, was ist das? Arbeite mit ihrem Team zusammen und schubst den Ball ins Tor der anderen. Oder bevor den... Ne, einmal hochschieben müssen wir da den einfach... Oh wow. Wir müssen schneller sein als die anderen Teams. Okay. Okay, das wird richtig kacke. Wir haben den Ball, glaube ich, aktuell auf einer ganz guten Position. Jetzt müssen wir ihn da rüberschieben. Oh wow, da müssen wir wirklich alle. Ey, Hühnchen, renner nicht weg, ey. Mach das Hühnchen denn da hinten? Weiß ich nicht, der rennt einfach vor. Was, da gibt es da noch irgendeinen Trick? Weiß ich nicht. Aber man kann versuchen, den Ball aufzuhalten hier vorne. Alles klar. Hechtsprung. Das können die Gelben hier nicht mehr aufhalten. Da haben wir gerockt, ey. Ja, aber ganz locker. Mega. So, der ist drin. Der sollte ich die anderen gerne noch aufhalten. Hier die Gelben, damit die Blauen noch weiterkommen. Ah, haben sie nicht geschafft. Ja, haben sie die Gelben. Das war witzig. Das habe ich auch noch nicht gesehen. Aber das fand ich jetzt... Okay, verstehe wenigstens, was der Papagei da gemacht hat. Bis sie einen Brot gehabt haben, dass er da... Warum rennt der Papagei da so massiv durch? So, 8-Gegen-Auf-Fußball. Ich bin als erster im Tor. Herrlich. So, jetzt Fußball zusammen, das wäre cool. Nein, ist noch einer davor. Ne, ist doch Finale. Stimmt, wir haben schon die Runde rum. Finale. Bergspitze. Ah, die Krone holen mit Schiff. Muss ich reinspringen, die Krone? Du musst einfach nur an die Krone kommen und Schiff drücken. Dann hast du gewonnen. Kann ich da unten dran stehen bleiben? War es da auch nicht, ne? Ne, ich glaube, du musst... Okay, Matsu, wir sind jetzt beide im... Boah, da sind aber richtig viele im Finale. Ich halte direkt an fest. Boah, da kommen auch Bälle. Wer im Szenen hat es weggeklatscht. Oh, boah, da hat es mich weggeklatscht. Da hat es mich nochmal weggeklatscht. Ah, scheiße, ey. Das sieht ja gar nicht gut aus für mich. Oh, da muss man springen. Oh, da holt sich einer die Krone. Das ist ein bisschen kurz im Finale, finde ich. Nee, du hast gewonnen. Scheiße, geil. Schon zweimal hat der Matsu heute gewonnen. Zweimal hintereinander. Da sehe ich ja einen massiven Zusammenschnitt, Karriere. Geil, ey.